Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge Minecraft, äh, Clash Royale, ihr seht, also ihr seht, oh, zuheben ich da etwas, ok, und du nehmst, und zwar, es hat sich ziemlich viel geändert, ja, und es ist auch schon wieder lang her, Nice, was, was macht die, was ist das für ne Karte, hm, ja, ich weiß, es ist lang her, Rockets, Jan, Wie viel, wie viel schadet noch denn, der macht 393, ja, die Rakete ist viel nicer, aber kostet halt Sex, Elixier, ja, egal, die macht halt mehr Schaden, so, Oh, ihr seht, es hat sich wirklich, es hat sich wirklich einiges geändert, ähm, ich bin jetzt nämlich Arena 3, das war jetzt nämlich Arena 1, und, naja, Ja, komm, wir können jetzt so etwas einfach verbessern, wie viel Schaden macht sie jetzt, oh, das ist richtig nice, oh, ja, es ist so cool, ähm, Ja, jetzt komm mal kurz an, so, und nachher besuchen wir noch meinen Account, also auf meinem Handy, so, okay, das ist jetzt mal, 4. Jetzt probieren wir uns zuerst mal, der Raktiert aus, Sie schlägt die sich so. Sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. Oh, die macht ziemlich viel Schaden. Ah, verdammt, jetzt hat er die nicht essen. Und er ist Tom, der stört. Oh, ich mach den Babytraum, da wir zwei hinterher schicken. So. Jo, ist das schön. Ja, komm, 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 komm. Nein, lass dich nicht von den Babytraum aufhalten. Oh, was? Oh, gut. Jetzt ist ein bisschen Ablenkung. Komm. Schlecht. Wuhu. Ja, und boom. Was? Als ob der YouTuber in der Bild. Komm. Scheiße, der ist auch Level, Level 2, Scheiße. Scheiße, ja, scheiße. Scheiße, ja, scheiße. Scheiße, ja, scheiße. Ja, scheiße, ja, scheiße. Fucking awesome. Woo-hoo. Woo-hoo. Nein. Nein, 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 nein. Ja, meine Babanen, los, 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 los. Juhu, ja, juhu. Nein. Ja, und tschüss. Ja, die haben so nicht down gekriegt. Haha, du bist schlecht. Ja, das war wieder schön. So, jetzt versuchen wir mal, so. Da. Ihr seht, auf meinem Handy bin ich eindeutig besser. Da habe ich nämlich vier Händischen und seine Babysachen. Und Riesenskelet, Skeletter May und Hexen. Wenn ich nämlich hinbekommen, auf meinem Handy aufzunehmen, dann nehme ich lieber auf dem Handy auffallen, natürlich. Weil das ist ein bisschen besser. Jetzt gehen wir mal zu meinem Kumpel. Da. Der hat die hier. Der hat nur epische, der hat nämlich X-Bogen auf Level 2. Babydruck hat dann zwar auf Level 1, aber Skelettermir hat Level 2. Der hat alles Level 2, selbst Riesen. Hier. Und ich weiß, und ich kann euch auch sagen, warum er so gut ist. Weil der hat nämlich mal Dinge gekriegt. So, Magidruher so, ich weiß nicht. Oh, wir sehen. Die hier. Heute mal gekommen. Ach man. So. Ich würde sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. und schon.